und erneuere das Anblitz der Welt. Darum bitten wir alle, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam bitten mit den Worten, die Jesus Christus uns selbst überliefert hat. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von der Lösung. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Ehrlichkeit in Ewigkeit. Amen.